Seine Seele hatte sich jener Region genähert, wo die Toten ihre Wohnung haben. Die kompakte Welt selbst, die sich diese Toten einstmals erbaut und in der sie gelebt hatten, löste sich auf und verging. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Das packt einen doch im innersten Herzen. Und sollten Sie nicht besser Ihre Heimat kennenlernen, von der Sie nichts wissen? Ihr eigenes Volk und Ihr eigenes Land? Ach, wenn Sie die Wahrheit hören wollen. Ja, aber was ist mit Austern? Ja, aber was ist mit dem Geistetal? Ja, aber was ist mit dem Geistetal? Ja, mit dem Geistetal? Ich bin das Geistetal. Ich bin die Herr Schmerz. Vielen Dank.